guten tag so leute hier ist der luca sind wir schon live ich warte mal ein bisschen ich bin gerade in frankfurt bei yamaha hier sieht man es ist hier unser unser studio setup was wir hier gerade haben und jetzt geht es los ist watching daniel hallo freut mich cool ja ich habe gedacht ich melde mich heute kurz schließlich samstag gestern war großer tag meine neue single science ist rausgekommen ich habe ich oben am video habe ich euch meinen link rein kopiert da am besten drauf drücken nachher und die single anhören und gebt mir euer feedback hier in den kommentaren wer hat sein schon gehört und wer hat sie auf dem handy die single das wäre mir sehr wichtig natürlich für wahnsinn wenn ihr die runterladen könntet und so cool wir sind jetzt hier bei yamaha eben das ist das studio wo wir jetzt die ganze zeit diese video produzieren videos und sind ja auf der messe auf der musikmesse musikmesse wollte ich sagen und es ist wahnsinn also es kommen immer neue videos hoch heute kommt ein ganz spezielles video von mir hoch wo wieder was probiert haben und hier mit allen instrumenten und ein richtiges geschenk also ich freue mich richtig hier das machen zu können so jetzt mal hier habt ihr fragen schreibt mal alles rein wie geht's mir geht's gut liebe grüße aus dem savoy in köln hier das gute alte savoy geht's dir gut mir geht's super ich habe sie mega song danke danke also leute für die die den song noch nicht haben checkt es auf jeden fall ab so wir können jetzt hier auch noch kurz raus ich kann euch kurz zeigen hier ist nämlich das backstage laufen zwar durch wahnsinn ja was macht ihr wo seid ihr ich bin um 15 uhr auch noch mal live auf der yamaha page aber auf instagram also wenn ihr da auch noch mehr sehen wollt kommt ihr einfach vorbei ich nehme euch jetzt ganz kurz mit und zeige schon ein bisschen was hier auf der messe alles ist nur ganz kurz weil ich wollte eigentlich nur an dass ich dann um 15 uhr auf dem yamaha kanal live bin aber wichtig hey die neue single die muss reinhauen ich freue mich so es ist lange gearbeitet geschrieben so jetzt gehen wir dann mal raus so wir gehen jetzt da mal ganz kurz durch hallo da winkt auch schon jemand hallo geht's dir gut ja hallo hallo ja oh hi what's your name yuna yuna ja ja ich habe sie als neuer tanny gemacht und bin dann fein ja ja so let's take a picture ja ja sure cool wir machen kurz ein foto ich bin live, aber jetzt take a picture together ja ich kann ein selfie ja ja ha 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 du siehst es damit du kannst mir die phone cool 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 super euh cool 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 Danke! Danke! Kommst du gleich nochmal Luca bitte! Ich komme gleich nochmal! Ich mache ganz kurz eine kurze Führung hier mit dem Livestream. Aber ja, kommt mir! So Leute! Die ersten Leute, die schon Fotos gemacht haben! Das ist Wahnsinn hier! Hier sind wir jetzt gerade in der Abteilung. Glasinstrumente. Mit ihr habe ich Saxofon geübt! Hallo! Es ist so eine tolle Familie hier. Einfach eine große Familie. So jetzt geht es weiter hier. Da haben wir die Drums. Es ist gigantisch! Sieht euch das rein hier? Die ganzen Sets aufgebaut. So. Wir können ein bisschen produzieren. A lot of live music here. Wir haben es drauf! So. Auf jeden Fall. Denkt dran. Meine neue Single Science. Die könnt ihr jetzt runterladen. Oben ist der Link. Vielen Dank schon jetzt für den ganzen Support. Nachher um 15 Uhr bin ich live. Auf dem Yamaha Music Europe Account. Auf Instagram. Also. Macht's ganz gut! Oben ist der Link. Tschüss! Macht's gut! Ciao! Natürlich! Das ist sicher gerade unten! Danke! FUure hier im Auftrag die Das können sie fない! Beginn. Kim bitte Claire Konmination. Das hier in ein Leben! Spiel danke ist.